Nein, 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 warum, nein, warum habe ich mich gedreht? Hallo und willkommen zu einer neuen Serie. Und zwar werde ich hier jetzt einfach immer mal wieder ein paar verschiedene Spiele aus meiner Steam Bibliothek einfach mal kurz spielen, also keine Ahnung, 10, 15 Minuten Videos und ja, dann kommen halt viele verschiedene Dinge und es wird alles mal irgendwo durchgemacht. Und heute oder jetzt ist halt dran, Mechanic Escape, das ist so ein Spiel, da spielt man einen kleinen Fernseher oder sowas und man läuft hier halt durch, ich habe schon ein paar Level gemacht und ja, man sammelt Dinge ein, läuft vor Dingen weg und versucht halt das Level zu schaffen. Also hier, man kann springen und ich muss so Dinge einsammeln und, oh verdammt, und da bin ich gestorben. Also man muss hier halt weglaufen, am besten diese Dinge einsammeln und da nicht reinfallen, genau so macht man das. Und jetzt läuft mir hier auch so ein großes Ding, ach ja, ich glaube ich kann doppelt springen, ja, genau, habe ich vergessen. Und so weiter. Genau. Ui. Okay, da gibt es immer wieder so Sections und nachdem verschwinden diese großen Nachlaufdinger, oh scheiße, das war knapp, da habe ich jetzt schon gedacht, ich bin tot. So. Und die Dinger machen uns auch kaputt, also jetzt haben wir eigentlich alles eingesammelt, oh man, super. Boah, da habe ich alles und dann sterbe ich direkt. So, aber das dürfte, oh shit, da kommt uns nach. Ah. So, gut, dann hätten wir das geschafft. Dann wäre hier durch. Das bringt uns ja nicht um. So, dann hier weiter. So hätten wir das auch. Wie komme ich da jetzt durch? Oh, nice, ich habe es geschafft. Und dann war das auch schon das erste Level, was wir hier machen. Das Spiel ist an sich nicht wirklich anspruchsvoll, aber diese Zeitprobleme und dieses Vieh, was einem danach fliegt und vor allem immer der Wunsch, alles zu erwischen, macht das Ganze dann gleich viel schwerer. So. Ui, das war knapp. Ah, genau, und da springe ich da rein. Oh nein, das wollte ich. Oh man, ich habe das da hinten oben nicht erwischt. Schade. Na ja, aber bis jetzt sind wir ganz gut dabei. Hier durch, dann hier. Genau. So, dann hätten wir das mal erwischt. Dann weiter. Jetzt kommt wieder, oh nein, nein, ich habe eins nicht erwischt. Oh, schade. Wie viel gibt es hier? Äh, auf 50. Ich sollte mich mehr aufs Spielen konzentrieren und weniger auf die Anzeigen da oben. So, jetzt hier durch, hier durch, dann hier und, oh, ich habe schon zwei. Fuck. Dann. Da oben reinspringen. Genau so gehört sich das. Oh man. Ui. Gerade noch so erwischt. Hier durch, hier durch. Nein. Oh fuck, das habe ich gerade voll übersehen. So. Ui. Ah, dann springe ich genau da rein. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, dieses komische große Ding da macht immer mal, wieder diese Geräusche. Und dann wird das Vieh schneller und versucht uns zu fressen oder so. Oder halt zu töten. Da. Genau das. So, hier drüber. Hier drüber. Dann da oben lang. Scheiß. Aber jetzt. Ich habe so ein Gefühl, das wird ein guter Run. Ah, und schon wieder zwei ausgelassen. Nein, warum springst du denn zurück? Oh man, du blöder Fernseher. Oder was du halt bist. Computer, Mechaniker. Keine Ahnung. Oh. Gerade noch so erwischt. So, dann weiter. Achtung. Dann hier durch. So. Da drüber. Ah, nein. Ich bin oben reingesprungen. Ah, jei, jei, jei. Ah, oh, oh. Okay. Das, das war wirklich hervorragend. Dann hier durch. Hier durch. Das da oben nehmen wir auch mit. In die Kanone. Und weiter schießen. Dann hier drüber springen. Man. Ah, immer wieder die gleichen dummen Fehler. Aber ich lerne halt nicht raus. Das ist halt so. Man kann das Level dann schon bis zu einem gewissen Teil auswendig. Und dann kommt wieder ein Teul. Wieder ein Teul, ja. Dann kommt wieder ein Teil, wo man noch nicht war. Und dann ist man komplett am Arsch. Oder man kommt einfach gar nicht weiter. Und, äh, stirbt einfach die ganze Zeit. Und dann ist das genauso gut. So. Dann hier durch. Hier durch. Das da oben mitnehmen. In die Kanone. Schnell weiter. Hier drüber. Hier drüber. Nein. Spring doch. Nicht immer zurück. Mann. Du dummes Ding. Oh. Mann. Oh. Geil. Wir haben es diesmal echt geschafft. Nein. Über diese Vorfreude. So. Darunter durch. Dann wieder oben. Nein. Nein. Ich bin zu spät gesprungen. Aber diesmal. Diesmal hole ich alle. Alle. Oh. Gut. Schön. Weiter. Dadurch. 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 Die Kanone auch noch. Da drüber. Da drüber. Da drüber. Da drunter durch. Dann wieder oben. Oh. Kritisch. Oh. Ja. Ja. Okay. Oh mein Gott. Wir haben die Section geschafft. Das dürfte dann. Ja. Ende. Alles erwischt. Bam. Perfekt. Genau das würde ich sehen. Wow. Okay. Hier sind. Na. Das war jetzt einfach nur dumm. Warum springe ich da. Oh shit. Wow. Wow. Ach ja. Man stirbt übrigens auch wenn man da rein rutscht. Ja gut. Ähm. Ich glaube meine Tode werden da oben eh irgendwo aufgezeichnet. Und. Nein. Rauf. Oh. Nein. Oh fuck. Ich habe in die falsche Richtung gedrückt. Ja. Bei vier Tonen bin ich. Jetzt habe ich bei der vorherigen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Das müssten ein paar mehr gewesen sein. Wenn ich mich nicht irre. Spring doch. Spring doch. Spring doch. Der kann mich auch in der Kanone töten. Das ist mir neu. Und hier drüber. Kanone. Kanone. Und. Sprung. Sprung. Fuck. Drüber. Drunter. Drüber. Kanone. Kanone. Laufen. Hier muss ich nicht mal springen. Aber hier. Warum bin ich so blöd. Ich weiß es selber nicht. Ich bin so blöd um zu wissen warum ich immer so ein blödes Zeug mag. Spring. Was war das jetzt für ein Geräusch. Wow. So. Oh. Gefährlich. Spring. Spring. Ah man. Ich bin nicht genug gesprungen. Aber diesmal. Okay. Das habe ich vorhin glaube ich auch fünfmal gesagt und hat auch nicht so wirklich was gebracht. Wow. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Ich hätte da nicht wegdrücken dürfen früher. Äh. Das ist so komisch, weil man dann wieder in die andere Richtung laufen muss. So. Jetzt hole ich mir glaube ich erst mal das hier unten. Okay. Gut. Dann haben wir das. War hier noch was? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nein. Oh fuck. Ist das schwer. Oh man. Und man startet natürlich immer wieder am Anfang. Ich hasse das. Nein. Nein. Oh man. Hier. Fuck. Wow. Schön. Okay. Kann ich da. Ich könnte da hoch. So. Dann gehen wir zuerst hier lang. Und wieder zurück. Im 2 von 5. Nein. Nein. Und es gibt diese Schwingdinger. Da schwingt man sich halt hin und her. Ist verständlich oder? Schwingdinger. Oh fuck. Nein. Nein. Ich bin zu wenig gesprungen. Woher sollte ich denn wissen, dass da dann so ein Schwingdinger kommt, wo ich hin muss? Oh. Oh. Mann. Und das ist genau das, was ich früher gesagt habe. Sobald man dann in ein Gebiet kommt, wo man noch nicht weiß, was da ist, ist man komplett aufgeschmissen. So. So. Ah fuck. Eieiei. Toll. Jetzt habe ich schon wieder. Ich glaube drei oder vier. Was war denn jetzt das bitte? Nein. Nein. Ich bin runtergerutscht. Oh. So. Vorsichtig. Fuck. Nein. Oh Mann. Los. Ah. So. Nein. 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 Oh. Okay. Vorsichtig. So. Okay. Anlauf nehmen. Nein. Nein. Oh Mann. Nein. Nein. Warum? Nein. Warum habe ich mich gedreht? Hehehe. Oh. Mann. Ich habe das Ende schon gesehen. Oh. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Nein. Ah. Gott. Nein. Warum tust du mir das an? Aber. Ich habe jetzt wirklich ein gutes Gefühl. Okay. Warum? Ich. Mann. Bin ich. Ah. So. Darüber. Das da unten schnell holen. Wieder zurück. So. So. Das da mitnehmen. Okay. Ich glaube jetzt habe ich den Dreh für das Level raus. So. Dann Anlauf nehmen. Und hopp. Und hopp. Danke. Ja. Perfekt. Ja. Okay. Ja. Das war. Mechanic. Oh. Wir haben ein neues Outfit. Jedenfalls. Das war Mechanic Escape. Und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr die neue Serie hier mögt, bewertet das Video positiv. Ich mache auch eine Playlist, wo dann die ganzen Videos von den verschiedenen Spielen reinkommen. Und das könnt ihr dann halt anschauen. Oder auch nicht. Wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet halt negativ. Ihr könnt auch abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag oder Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.